Das geht aber jetzt nur über Kabel, oder? Ja, also jetzt in der ersten Version. Also du brauchst auch eine eigene App noch momentan dafür. Ja, recht gut. Jetzt legt es kurz. So, und jetzt ist er da. Jetzt ist es genau wie im iPhone. So, das ist auch schön. Zum Beispiel ein Foto-App. Das geht eins zu eins, oder? Ja, das ist jetzt eigentlich verbunden. Später soll das alles auch so präsentiert werden. Und dann wird das Beat ausgedrückt. Ah, geil. Ah, ja. Das geht jetzt mit dem... Ja, das geht wieder auf. Das ist wirklich schön. Das ist geil. Eins zu eins. Okay. Okay. Wow. Cool.